Servus meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Lepkong City Podcast. Hier ist wieder euer Michel, der Lepkong City Podcast Folge 5 von Beklub TV, bei Beklub TV, wie auch immer. Und mal wieder mit mir alleine und bei mir zu Hause und nicht im Heimspiel Club Café im Clubhaus. Und das hat auch dieses Mal wieder eine Bewandtnis natürlich und zwar diejenige, dass der Sascha krankgeschrieben ist und er deswegen auch nicht hier sein kann. Und dementsprechend bin ich dann natürlich auch zu Hause und mache das Ganze von hier aus. Dafür muss ich nicht ins Clubhaus fahren, wenn ich dann quasi keinen Gesprächspartner habe. Aber dennoch schöne Grüße an Matze und sämtliche Mitarbeiter dort und schreibt doch mal in die Kommentare einen, ja, gute Genesungswünsche an den Sascha, dass er uns dann auch am Sonntag quasi, ja, wieder, dass er wieder da sein kann. Und nein, also es ist nichts in die Art und Form mit dem bösen Wort oder mit sogar zwei bösen Worten, die mit C anfangen. Nein, aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wünscht ihm alles Gute. Und dann ist er dann am Sonntag zu einem sehr wichtigen Event natürlich auch hoffentlich wieder am Start. Also zumindest hat er mir das so mitgeteilt und ich soll euch natürlich auch schöne Grüße ausrichten. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ihr müsst wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen. I'm so sorry. Aber ja, wenn nächste Woche alles wieder hoffentlich in geregelten Bahnen läuft, was wir ja eigentlich diese Woche schon gehofft haben, dann möchte ich ein bisschen vorgreifen und euch quasi auf diesen Nach-Podcast, Nach-Derby-Podcast ein bisschen einstimmen oder vorbereiten in der Hinsicht, dass wir da eine kleine Überraschung für euch haben. Also es wird ein Gewinnspiel geben, aber da möchten wir natürlich noch nicht zu viel verraten. Und ich denke, da werden auch einige von euch einschalten auf jeden Fall, denn es ist ja der Podcast nach dem Franken-Derby. Aber wie gesagt, zu diesem wichtigen Ereignis, zu diesem wichtigen Spiel kommen wir noch jetzt erstmal nur mit mir allein und zwar jetzt das dritte Mal hintereinander. Also wir hatten einen Podcast, eine Match-Reaction und jetzt wieder einen Podcast nur mit mir. Früher war es ja nur so und ich denke, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also nehmt es mir nicht so übel, wenn ich euch jetzt eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lange das dauert, jetzt wieder volllabern muss. Und ja, also wie gesagt, kriegen wir hin. Und wir haben es ja auch am Montag hinbekommen zur Match-Reaction. Das ist ja auch sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Und dazu kommen wir jetzt natürlich, denn wir möchten natürlich nochmal und jetzt natürlich, 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 ja sehr gerne im Gegensatz zu den letzten Wochen über dieses Spiel sprechen. Denn der 1. FC Nürnberg gewinnt sein Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück mit 4 zu 1 oder 1 zu 4 aus Osnabrücker Sicht. Und wie ihr hier auch eine gute Sicht habt, falls ihr denn zuschaut, seht ihr wieder, ich habe meinen schlauen Zettel am Start. Da steht auch einiges drauf. Und für alle diejenigen, die es sich anhören, er ist tatsächlich da. Also, wie das letzte Mal ist, jetzt muss ich hier mal kurz was wegklicken. I'm sorry, die Technik. Und ja, hier auf meinem schlauen Zettel steht jetzt Osnabrück, Rückblick, wie passend. Und ja, fangen wir doch einfach mal von vorne an. Also, im Vornherein war der Tenor unter den Fans, unter der Fanschaft ziemlich schlecht. Also, schlecht ist wahrscheinlich sogar noch geprahlt. Und ich muss sagen, ich war auch eher pessimistisch eingestimmt, eingestellt, was dieses Spiel anging. Denn Osnabrück, noch ungeschlagen, mit 3 Siegen, 4 Unentschieden, soweit ich das noch im Kopf habe. Und waren einfach auch sehr gut drauf. Allen voran natürlich durch Sebastian Kerk, der Topscorer von, oder der Osnabrücker. Ich glaube, insgesamt auf Platz 3 war er, nach Terodde, Kempe. Und dann kam schon Kempe, übrigens ja auch, Darmstadt-Exklubberer. Und dann kam schon Sebastian Kerk, der ja seine Quote auch nochmal aufbessern konnte am Montag. Aber dazu kommen wir noch. Ja, also, ich behaupte jetzt einfach mal, dass die wenigsten, mir inklusive, mit so einem Ergebnis gerechnet haben. Wir haben es natürlich gehofft. Wir haben überhaupt mal gehofft, dass wieder drei Punkte rausspringen, statt immer nur eines späten Unentschiedens oder gar einer unglücklichen Niederlage oder sonst irgendwas. Aber, dass es dann so ausgeht, hätte wohl, wie gesagt, keiner gedacht. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und das habe ich auch im Vorfeld ziemlich deutlich gemacht auf den sozialen Kanälen, beziehungsweise auf Facebook, weil da treiben sich immer die meisten Punkt, Punkt, Punkt rum. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn der FCN was auf Facebook postet und dann quasi zum Spieltag was raushaut und so weiter, und dann kommen schon vorm Spiel, und das war ja weit vorm Spiel, das war ja Montag, Montagmorgen irgendwann, da kommen dann weit vorm Spiel, kommen dann irgendwelche Aussagen so von wegen, ich bin froh, dass ich es mir nicht anschauen muss und tralala und hier und da, wo ich mir dann denke, wenn ihr nichts Positives, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann schreibt doch einfach gar nichts drunter. Dann lasst es doch einfach bleiben und haut nicht irgendwelchen Stuss raus. Ich muss es einfach in aller Deutlichkeit so sagen und mir wäre es auch ehrlich gesagt selber, ich kann ja nur von mir ausgehen, viel zu blöd, mir da wirklich die fünf Minuten zu nehmen, um da dem FCN quasi einen reindrücken zu wollen oder der Mannschaft oder was weiß ich, weil es jetzt in den letzten Wochen nicht so wirklich toll war, um ihnen dann da auch nochmal über die sozialen Medien einen reinzuwirken. Also kann ich nicht verstehen, weil erstmal das Spiel abwarten und viele, die da vielleicht gepostet haben, haben es dann im Nachhinein vielleicht sogar bereut. Also das wollte ich einfach nur dazu sagen. Ansonsten, ja, der FCN ist gut in die Partie reingekommen. Wir waren relativ schnell im Spiel, also die ersten fünf Minuten waren sogar richtig, richtig gut. Allerdings ist es dann auch genauso schnell wie es, oder so gut wie es begonnen hatte, auch ein bisschen wieder verflacht. Sie sind wieder teilweise ein bisschen, ich will nicht mal sagen unsicher geworden, aber sie sind wieder so in ihre alten Muster zurückverfallen. Sie haben teilweise überhaupt nicht gewusst, was sie mit dem Ball, wenn sie ihn denn hatten, anfangen sollten. Da wurde dann wieder viel hinten rumgespielt und ja, als es dann tatsächlich so den Anschein hatte, als würde es wieder so in die Richtung Fortuna Düsseldorf FCN gehen, was den Spielverlauf und das Spiel allgemein anging, kam auf einmal eine wunderschöne Kombination, natürlich begünstigt durch die linke Seite der Osnabrücker. Aber man muss auch dazu sagen, es war einfach richtig klasse gespielt, sowohl von Lukas Mühl, der da diesen Pass rausschlägt auf Enrico Valentini und der mit einer maßgenauen Flanke auf unseren Man of the Match, hier im Hintergrund hängt das Trikot, Manuel Schäffler, unseren neuen, wie es der Trainer schön gesagt hat, unseren Anker im Sturm. Und ja, das war dann die 25. Minute, 1 zu 0, stand es da für unseren Club. Und ja, gut, es war ja nicht jetzt das erste Mal, dass wir in Führung gegangen sind oder so. Und natürlich kommt dann ganz automatisch so dieser Gedanke, so von wegen, jo, jetzt haben wir wieder eine Führung, jetzt wäre es quasi wieder so weit, dass wir diese Führung verspielen könnten. Was aber dann Gott sei Dank so nicht passiert ist, denn unter Mithilfe eines schlechten Rückpasses eines Osnabrücker Spielers, dessen Namen ich jetzt leider nicht im Kopf habe, denn ich, wie ihr wisst, beschäftige mich zu 99 Prozent nur ausschließlich mit dem 1. FC Nürnberg und habe von anderen Teams, anderen Spielern relativ wenig Plan. Und man möge es mir bitte verzeihen. Also, und auf jeden Fall war es die 29. Minute. Also es waren gerade mal vier Minuten war diese 1 zu 0 Führung durch Manuel Schäffler alt, der das übrigens in absolut genialer Manier abgeschlossen hat. Dieses herausgespielte Tor durch Mühl, Valentini und Schäffler. Also war Wahnsinn. Richtig, richtig toll gemacht. Andere hätten den wahrscheinlich total verballert, weil er den ja eigentlich auch noch direkt nimmt oder so gut wie direkt. Und ja, Nürnberger, Fabian Nürnberger, antizipiert da richtig gut. Hat schon spekuliert, als er gesehen hat, okay, er könnte den Pass jetzt zurück zum Torwart spielen. Und im Grunde genommen, wenn er da unaufmerksam gewesen wäre, wäre es einfach nur ein Rückpass zum Torwart gewesen. Aber er hat, wie gesagt, gut antizipiert, hat gut reagiert, sprültet da zurück und hat quasi einen Schritt vorausgedacht und wurde dann auch belohnt, umspielt den Torwart und haut das Ding zum 2 zu 0 in die Maschen. Und das war, wie gesagt, die 29. Minute. Man muss aber noch vorher erwähnen, dass ja Fabian Nürnberger eigentlich auf der Ersatzbank Platz genommen hatte. Denn für ihn, oder von Anfang an, spielte Pascal Köpke, der sich dann aber ohne Fremdeinwirkung, also ohne Einwirkung des Gegners oder sonst irgendwas, leider, leider schwer verletzt hat. Also er wird uns einige Monate fehlen, denn so ein Kreuzbandriss, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, außer vielleicht gute Besserung. Alles, alles Gute, komm so schnell wie es geht und besser wieder zurück. Ich weiß, das sind so die allgemeinen Phrasen, die man dann los wird in so einer Situation. Aber ja, es ist ja tatsächlich so. Ich finde, er ist so langsam, aber sicher in die Spur gekommen bei uns, Pascal Köpke. Und deswegen ist es umso beschissener, dass er jetzt so eine schwere Verletzung davongetragen hat. Und ja, also wie gesagt, auf diesem Weg auch nochmal alles Gute, Pascal, und komm schnell wieder zurück. Ja, für ihn wurde dann quasi Fabian Nürnberger eingewechselt und der machte dann prompt das 2 zu 0. Mit dem 2 zu 0 im Rücken spielt es sich natürlich leichter, obwohl ein 2 zu 0 natürlich auch ein beschissenes Ergebnis ist, sagen wir es mal so, ein gefährliches Ergebnis. Denn kaum kassierst du eins, fängst du schon wieder das Überlegen und das Schwimmen angegebenenfalls. Und dann kann es sogar ganz schnell gehen, dass man auf einmal 3 zu 2 zurückliegt. Also es ist ja nicht so, dass wir das alles nicht schon erlebt hätten. Und dementsprechend ist ein 2 zu 0 eigentlich ein schwieriges Ergebnis, sagen wir es mal so. Also nichtsdestotrotz, hier sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, Low Camper. Low Camper vor der Pause, auch wieder mit Beteiligung von Man of the Match, meiner Meinung nach Man of the Match, Cheffe Schäffler. Und zwar hat er, ja, Ballverlust der Osnabrücker im Mittelfeld. Johannes Geis schaltet da relativ fix und legt den Ball auf Manuel Schäffler, der ihn direkt weiterleitet und somit auch Low Camper auf die Reise schickt. Und der macht das dann wunderbar. Also er ist ja sowieso, finde ich, mit dem Mann der ersten 8 Spieltage beim 1. FC Nürnberg, Wahnsinn, was er für eine Entwicklung hingelegt hat, wie ich finde. Und ja, belohnt sich dann oder macht das Beste draus, nämlich das 3 zu 0. Hat er auch toll gemacht, bekommt er, glaube ich, sogar noch Druck von hinten, aber hat ihn nicht wirklich gejuckt und hat dann das Teil zum 3 zu 0 in die Maschen gehauen, wie schon Nürnberger und Schäffler vor ihm. Und wenn wir schon wieder beim Namen Schäffler sind, er ist ja auch zusammen übrigens mit Felix Low Camper und Enrico Valentini in die Kicker 11. Spieltages gewählt worden. Also, das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Und ja, mit einem 3 zu 0 geht man natürlich gerne in die Halbzeit. Sind wir früher auch schon mal gerne mit einem 3 zu 0 in die Halbzeit und haben es dann auch noch geschafft, 3 zu 3 zu spielen. Ich musste dann auch im Chat, im Livestream lesen, das ist auch wieder typisch Clubfan, also an mich gerichtet, weil man sich selbst nach einem 3 zu 0 nicht wirklich sicher sein kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Klubberer geschrieben hat, aber ich nehme an, es war einer der zahlreichen Auswärtsfans, in Anführungsstrichen Auswärtsfans von BeKlubTV. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich einfach schon so lange dabei bin und schon so viel miterlebt habe und ich erinnere da gerne immer wieder an die Partie in Hannover. Seit zig Spielen keins mehr gewonnen, dann nach Hannover gefahren, 3 zu 0 geführt und am Ende ging es dann 3 zu 3 aus. Auch nach einer unglaublich schlechten Abseitsentscheidung, die nicht gegeben wurde, wo der Gegenspiel dann, glaube ich, gefühlte 5 Meter im Abseits stand und dann das 3 zu 3 gemacht hat. Und am Ende, ja, es gab noch keinen Videoschiedsrichter. Dementsprechend wurde das dann gewertet. Und, ja, aber Videoschiedsrichter ist wieder ein eigenes Thema. Da kommen wir aber auch noch dazu. Und jetzt kommen wir erstmal zur Halbzeit. Und wo waren wir? Ja, nach der Pause. Man hat schon gemerkt, dass Osnabrück versucht hat, versucht hat, irgendwie wieder in diese Partie sich reinzukämpfen. Sie hatten dann natürlich auch mehr Torschüsse, obwohl da jetzt nicht wirklich zwingend was dabei rumkam. Also das muss man natürlich auch sagen, dass das der Klub eigentlich schon sehr souverän dann runtergespielt hat. Und Osnabrück, also man hat schon ihr Bemühen erkannt, aber man hat ihnen dann mit diesem 3 zu 0 schon eigentlich gut den Stecker gezogen. Also wäre da noch ein frühes 1 zu 3 gefallen, hätte ich mir vielleicht noch Sorgen gemacht. Aber Osnabrück kam besser aus der Halbzeit, aber nicht so, dass man jetzt sagt, die haben da ein Feuerwerk abgebrannt und hätten da jetzt auf jeden Fall noch irgendwie zum 1 zu 3 oder 2 zu 3 kommen können. Also hat jetzt nicht so den Anschein erweckt. Und ja, in der 71. war es dann so weit. Da hat dann Schäffler seine hervorragende Leistung an diesem Tag gekrönt mit dem 4 zu 0 für den 1. FC Nürnberg in der 71. Und dann war der Deckel endgültig drauf. Wie gesagt, als Klubfan ist man sich nie wirklich sicher, aber da war definitiv der Deckel drauf. Und ja, dann konnte man dieses Spiel, oder ich konnte dann dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr entspannt zu Ende angucken. Und habe dann auch so süffisant ein bisschen gemeint, ja, jetzt weiß man endlich mal, wie sich Fans des FC Bayern München fühlen, wenn man relativ früh führt, hochführt und sich eigentlich um nichts mehr wirklich Gedanken machen muss und sollte. Aber ja, ist ja auch mal schön. Also die Leute, mit denen ich mich dann im Chat noch schön unterhalten habe, haben dann auch gemeint, es ist mal nett zu sehen, dass ich auch entspannt sein kann und mal entspannt ein Spiel angucken kann. Ja, war es in der Tat. Bis auf eine Situation, die mich im Nachhinein, und was ich auch so mitbekommen habe, viele andere sehr aufgeregt hat. Und also wäre es nicht viel zu Null gestanden, oder hätte es nicht viel zu Null gestanden, und das wäre noch irgendwie entscheidend gewesen, ich glaube, ich wäre durchgedreht, also so richtig durch die Decke gegangen, denn es gab mal wieder eine Elfmeter-Entscheidung gegen uns und wo ich auch schon in Braunschweig ziemlich sprachlos war, wie man sowas als Elfmeter überhaupt geben kann, haben jetzt die Videoschiedsrichter, beziehungsweise Felix Zweier, den ich ja sowieso sehr, sehr schätze, ich hoffe, ihr hört die Ironie in meiner Stimme, hat auf den Punkt gezeigt, und ja, sie haben sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, aber dieses Mal, muss ich sagen, war es ja noch lächerlicher, als es schon in Braunschweig war, und dagegen war ja Braunschweig eigentlich ein glasklarer Elfmeter, also war es nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und also ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie man diesen Elfmeter geben kann, ich habe dann auch noch hier gesessen und gesagt, ja, also das muss doch jetzt der Videoschiedsrichter sehen und den darf er eigentlich nicht geben, dachte ich ja eigentlich auch schon gegen Eintracht Braunschweig, aber sie haben ihn gegeben und Sebastian Kerk hat dann doch noch seinen Scorer-Punkt und sein Tor gegen den 1. FC Nürnberg bekommen, das war im Grunde genommen egal, aber im Grunde genommen ist es auch nicht egal, denn sowohl Schiedsrichter als auch Videoschiedsrichter müssen ihren Job gut machen, die müssen den bis zum Ende durchziehen und es hatte so ein bisschen den Anschein, als hätte der Kölner Keller quasi schon Feierabend gemacht und da waren die Lichter schon aus und Felix Zweier hat sich dann quasi nur provisorisch ans Ohr gehalten, als würde er irgendwas hören und hat dann gesagt, naja, okay, geben wir den Elfmeter, weil, also, ist alles nur Mutmaßung, wird wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein, aber es hat den Anschein gemacht, a, dass die Lichter schon aus waren, b, dass sie gesagt haben, okay, scheiß drauf, gib ihn einfach, es macht sowieso keinen Unterschied mehr. was wäre denn gewesen, hätte es jetzt 2 zu 1 gestanden für den Klub oder es wäre 2 zu 2 gestanden und dadurch hätte, wie zum Beispiel in Braunschweig jetzt der VfL aus der Brücke noch das Siegtor gemacht oder den Ausgleich gemacht dadurch und sowas darf es einfach nicht geben. Sorry, also ich habe auch nur eine Person bisher kennengelernt, eine, eine Einzige, die gemeint hat, dass es ein Glas gerade ist, bitte, das ist auch wirklich die Einzige, also sonst alle und egal, wo sie herkamen, selbst aus Osnabrück selber, schöne Grüße übrigens an euch, da wurde man auch sehr sportlich fair, beglückwünscht, beglückwünscht und niemand würde sagen, dass man diesen Elfmeter geben muss oder dass das überhaupt in irgendeiner Art und Form ein Elfmeter ist, also ich kann euch, ich muss euch, glaube ich, die Szene nicht nochmal beschreiben, auf jeden Fall springt ja der Osnabrücker, ihr wisst, ich habe es nicht so mit Namen von anderen Teams und er springt ja schon einen Meter vorher ab und fädelt dann irgendwie oder bewegt dann sein Bein irgendwie so komisch zu Oliver Sorg, dass er ihn noch irgendwie berührt und der Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter geben dann diesen Elfmeter, wo dann auch in den Nachberichten bei YouTube, ich weiß nicht, ob es Bild war oder was weiß ich, dass dann da gesagt wurde, ja, dass Sorg ihn berührt und dass es deshalb Elfmeter gab und so, wo ich mir denke, ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst, man, das kann doch, das kann doch nicht euer Ernst sein, ist jetzt jede Berührung, ist jetzt jede Berührung im Strafraum egal wie ein Elfmeter, also langsam, aber sicher kommt es mir so vor und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich möchte nicht solche Elfmeter für uns haben, mir hat ja schon das gegen Fortuna Düsseldorf gereicht, was ja auch absolut ein Witz war, bloß andersrum dann, also, nee, kann es nicht sein und ich hoffe auch, dass es jetzt in Zukunft, weil wir hatten ja jetzt quasi jedes Spiel so eine bescheuerte Videoschiedsrichter oder Elfmetersituation und dementsprechend hoffe ich jetzt, dass das endlich mal ein Ende hat und ja, okay, scheiß drauf, aber wie gesagt, sowas macht dir dann eigentlich einen eigentlich perfekten Abend noch zunichte, dass du dich dann über sowas aufregen musst, aber es hat sich in der letzten Zeit einfach dermaßen gehäuft, dass man das einfach nicht ignorieren kann und das muss man ansprechen und da muss auch, meiner Meinung nach, der FCN das nicht so abtun, so von wegen, ja, hat sowieso keine Bedeutung mehr, was ist denn, wenn es mal ums Torverhältnis geht oder sonst irgendwas, also, ich hoffe, dass das jetzt dann irgendwann mal auch wieder gut ist mit diesen lächerlichen Entscheidungen und ja, wenn wir schon dabei sind, es war ein wichtiger Sieg, ohne Frage, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, jetzt nicht nur auf, oder im Hinblick auf das, auf das anstehende Spiel jetzt am Sonntag, auf das Frankenderby, auf, übrigens Deutschlands ältestes Derby und das am häufigsten ausgespielte Derby, also quasi die deutsche, das, der deutsche Klassiko, der eigentliche Klassiko, das, die Mutter aller deutschen Derbys, das Frankenderby und ja, also nicht nur im Hinblick auf dieses Spiel, sondern, ähm, es war ein wichtiger Sieg für, für die Mannschaft, es war ein wichtiger Sieg für den Trainer, es war ein wichtiger Sieg für den Sportvorstand und es war natürlich auch ein wichtiger Sieg für das Umfeld und die Fans, denn wir alle kennen unseren Klub, wir alle kennen das Umfeld, wir alle wissen, wie das, äh, hier ganz schnell in eine, in eine gewisse Richtung kippen kann und dementsprechend, war das in der Hinsicht sehr, sehr wichtig, aber nicht nur dahingehend, sondern auch, ja, ähm, weil die Mannschaft dadurch natürlich auch wieder eine breitere Brust bekommt, weil sie Selbstbewusstsein zurückbekommen und das ist genau das, was Klaus angesprochen hat im Vorfeld, auch im Podcast von Kadepp, Grüße übrigens nochmal, weil er ja gesagt hat, du holst dir sowas nur durch Erfolgserlebnisse und jetzt hatten wir eins und zwar ein sehr, sehr deutliches vor allem und es ist natürlich auch ein Beweis für die eigenen Fähigkeiten, also dass die Spieler dann quasi aus ihrem Selbstzweifel, der ja dann früher oder später auch mal eintritt, weil man sich dann denkt, ja, sag mal, bin ich einfach zu blöde oder kann ich es einfach nicht oder, ne? Und natürlich auch in das System und die Fähigkeiten des Trainers, das ist natürlich auch so ein Ding, dass die, da spielen so viele Sachen mit rein, dass die Spieler dann dementsprechend auch merken, aha, also das funktioniert, was wir da tun und jetzt ist es auch mal von Erfolg gekrönt, natürlich war auch das nötige Glück vorhanden und natürlicherweise war auch nicht alles gut, also es hat bei weitem nicht alles gepasst und man muss auch dazu sagen, im Fußball gehört auch eine ordentliche Portion Glück mit dazu, das ist ganz normal und natürlich Fehler des Gegners und normalerweise haben wir eigentlich immer die Gegner eingeladen durch, durch individuelle, durch eigene Fehler aber dieses Mal man kann natürlich auch Fehler erzwingen aber ich würde schon sagen, dass das ein sehr souveräner und sehr sicherer und sehr gut gespielter, herausgespielter, vielleicht das falsche Wort, aber ein sehr guter Sieg war für unseren Klub, alles in allem, aber wie gesagt, es war nicht alles gut, hat auch der Trainer auf der Pressekonferenz übrigens so gesagt, er hat gesagt, es war nicht alles gut, es war aber auch nicht alles schlecht, schon so wie in den letzten Wochen und da kommen wir wieder genau zu dem, was Sascha und ich quasi gesagt haben, dass man aus diesen Spielen, jetzt mal vielleicht von Tuna Düsseldorf herausgenommen, schon einiges Positive herausziehen konnte, dass natürlich auch teilweise ein bisschen das Glück gefehlt hat oder es gab mal wieder eine recht komische Entscheidung, wie jetzt in Braunschweig, aber gut, lassen wir mal dahingestellt, das Einzige, was mich wirklich gestört hat auch bis auf, also zu dem Zeitpunkt, wo sie da dann schon ja, so ein bisschen in ihr altes Muster wieder zurück katapultiert wurden teilweise, sind nach wie vor die Zweikampfwerte, also man muss dazu sagen, der Trainer hat dann auch gemeint, ja, die wichtigen Zweikämpfe hat man gewonnen, etc., aber unser Team hat in der Zweiten Bundesliga die schlechtesten Zweikampfwerte und das ist meiner Meinung nach was, woran man auf jeden Fall noch arbeiten muss, also wenn es spielerisch oder mal so nicht läuft, wie sich es der Trainer vielleicht vorstellt oder dass der Gegner es einfach nicht zulässt, etc., dann muss man auch über den Kampf kommen und da müssen sich die Jungs einfach mehr reinhauen, da muss mehr kommen, was das Zweikampfverhalten angeht und da sind wir dann auch schon beim nächsten Spiel, weil ja, weil das ein Verein beziehungsweise ein Team ist oder halt allgemein jemand ist, der uns das, denke ich, sehr, sehr gut aufzeigen könnte, unsere Defizite, denn natürlich ist jetzt nichts, nicht alles Gold, was glänzt, nur weil wir jetzt 4 zu 1 sind aus einer Brücke, die gut drauf waren, etc., blabla, gewonnen haben, denn jetzt, meine Damen und Herren, steht das Derby an und der Trainer oder unser Trainer Robert Klaus hat die 4. Jahr als, ja, als das beste, wie hat das gesagt, ich muss mal hier eben auf meinen Zettel gucken, 4. ist aktuell die beste Mannschaft der Liga, ich muss dazu sagen, ich habe sie, glaube ich, einmal live gesehen an dem Sonntag und da war das war einer der ersten Spieltage, da lief es noch nicht so toll und inzwischen, was man so hört, liest und man beschäftigt sich natürlich meistens dann mit dem Gegner, wenn es, wenn es soweit ist, natürlich haben wir die räumliche Nähe zu unserer geliebten Westvorstadt, aber, ja, ich muss trotzdem zugeben, wie schon gegen Osnabrück, ich beschäftige mich kaum mit dem Gegner, wenn es nicht, wenn es nicht, kurz davor ist und gucke natürlich auf die Tabelle und die Tabelle lügt in dem Fall nicht, sie sind oben mit dabei, sie spielen einen attraktiven Fußball und schießen Tore, also, ja, ich denke, dass man, dass man da bei aller Feindschaft und aller Rivalität durchaus anerkennen muss und das nicht nur seit dieser Saison, sondern allgemein, das in Fürth bei den eigentlich Unaussprechlichen, dass da, dass da sehr gut gearbeitet wird, also, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit RB, ich kann RB auf den Tod nicht leiden, also, von Hassen würde ich jetzt nicht sprechen, aber RB geht, geht mal sowas von gar nicht und ähnlich geht es mir mit den grünen Weißen, aber man muss, nichtsdestotrotz, da sind wir wieder, muss man anerkennen, dass da seit Jahren gute Arbeit geleistet wird, im sportlichen Bereich etc., dass sie es immer wieder schaffen, eine durchaus konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen zu werfen für die zweite Fußball-Bundesliga, mal mehr, mal weniger erfolgreich, dieses Jahr scheint es wieder etwas mehr erfolgreich zu sein und sie schaffen da, wie gesagt, immer einen guten Kader zusammenzustellen, das Einzige, was ihnen vielleicht jetzt dieses Jahr so ein bisschen das Genick brechen könnte, wo es vielleicht dann doch nicht für ganz oben reicht oder dass sie dann womöglich sogar hochgehen, ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh, genauso wie bei uns, aber ist dann doch die Kader Tiefe, also dass es ihnen vielleicht doch ein bisschen abgeht, dass der Kader nicht breit genug ist und wenn sich da ein, zwei Spieler verletzen oder jemand gesperrt ist, dann wird es schon etwas dünner, aber momentan sind sie einfach gut drauf und es wäre, ja, es wäre gelogen, würde ich jetzt irgendwas anderes behaupten, denn es ist nun mal einfach so und ja, wie gesagt, also bei aller Feindschaft, man muss anerkennen, dass in Fürth einfach gut gearbeitet ist und ja, sie holen halt mit ihren Mitteln das Beste raus und sie sind der größte Rivale und dementsprechend schielt man natürlich immer mal wieder mit einem halben Auge, vielleicht mit einem halben Auge, mit einem Viertelauge vielleicht ein bisschen neidisch rüber, weil man sich halt denkt, die schaffen es mit mit wenig Mitteln, da das Maximum rauszuholen und bei uns, wir haben immer die besten Vorsätze und holen uns ja auch keine schlechten Leute, aber irgendwie möchte es seit ja, längerer Zeit nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte oder wie man es sich vorgestellt hätte, also ja, muss man ohne Umschweife zugeben und ich denke, das kann man durchaus auch. Allerdings muss man auch sagen, dass es eigentlich auch egal ist, ob jetzt die Westvorstadt mal eine gute Saison spielt oder ob sie eine schlechte Saison spielt, denn in den letzten Jahren lief es jetzt nicht wirklich so toll, was die Ergebnisse angehen gegen unseren Klub. Also ich habe jetzt hier sogar mal einen zweiten schlauen Zettel, den ich aber dann auch für den Sonntag wieder bemühen werde. Also nur mal so für die Statistik-Nerds unter uns in der zweiten Bundesliga gab es insgesamt 30 Spiele gegen die Kleeblätter, 40 zu 36 Tore für unseren Klub, also nur vier Unterschied. Dabei gab es elf Siege für den Klub, zehn Unentschieden und neun Siege für die Vierter. Also ihr seht schon, sehr sehr ausgeglichen eigentlich diese Statistik mit wahnsinnig vielen Unentschieden, was ich so jetzt gar nicht mehr im Kopf hatte, aber ich habe eigentlich auch jedes Derby seit der Regionalliga, seitdem es da eigentlich so wirklich wieder losging mit der Rivalität Ende der 90er jedes Spiel verfolgt und jedes Spiel gesehen. Und ja, wenn man sich so die letzten Ergebnisse mal auf der Zunge zergehen lässt, dann spricht das nicht gerade für den FCN. Ich fange mal an, 2013 0-1 verloren, 2014 5-1 verloren, dann 0-0, 2015 3-2 verloren, 2016 2-1 gewonnen, das war wunderschön, nein Gott, ja, einer der seltenen Siege für unseren Klub, 2016, 2016 ist 2-1, das müsste sogar mit Frühkrug noch gewesen sein, dann wieder 2016 2-1 verloren, 2017 1-0 verloren, 2017 3-1 gewonnen im Vörter Rohnhof, das war auch, glaube ich, seit ewigen Jahrzehnten mal wieder das erste Mal und dann ging es weiter, 2018 0-2 verloren, das war dann in der Rückrunde, 2019 0-0 und wie wir uns alle daran erinnern können, das letzte Spiel am Samstag, den 13. 6. 2020 mit 0-1 verloren, also nochmal, es ist im Grunde genommen fuck egal, ob sie gut drauf sind, ob sie schlecht drauf sind, sie sind auf jeden Fall meistens sehr gut drauf, wenn es gegen den 1. FC Nürnberg geht und ja, dementsprechend hat man als Klubferl natürlich im Hinblick auf das Derby immer so ein leicht mulmiges Gefühl, was jetzt vielleicht blöder klingt, als ich es eigentlich gemeint habe, also Angst hat man vor den grün-weißen garantiert nicht, aber man hat schon so ein leichtes, man hat ein bisschen sowas im Hinterkopf, wenn ihr versteht, was ich meine, weil halt eben auch die letzten Jahre nicht so wirklich Anlass gegeben haben, da optimistisch ranzugehen, sagen wir es mal so, und hätten wir jetzt dieses Spiel gegen Osnabrück nicht erfolgreich bestritten, oh mein Gott, wäre die Stimmung nicht nur allein deswegen katastrophal gewesen, sondern auch mit Hinblick auf dieses Spiel. Jetzt war es aber auch irgendwie klar, dass der Klub jetzt, ich würde jetzt nicht sagen Feuerwerk abgebrannt hat, aber das Spiel sehr souverän und auch sehr, sehr hoch eigentlich nach Hause gebracht hat und jetzt quasi dem gemeinen Fan gleich mal wieder die Hoffnung und den Optimismus zurückbringt, dass da im Derby gegebenenfalls was geht, um dann hoffentlich nicht wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden, um dann auch dementsprechend wieder enttäuscht zu werden. Das hoffen wir jetzt mal nicht, aber ich glaube, die meisten von euch wissen, was ich meine. Vielleicht hilft ja auch irgendwie diese leicht vertauschte Rolle, die wir jetzt auch schon gegen Osnabrück hatten, wo sich ja im Vorfeld auch wieder viele beschwert haben, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir schon Osnabrück nicht mehr der Favorit. Ja, ist halt nun mal so, vor allem momentan und wir waren gegen Osnabrück nicht der Favorit und haben sie mit 4 zu 1 besiegt. Jetzt sind wir gegen die Westvorstadt nicht der Favorit. Gegebenenfalls wird es ja wieder was. Diese umgekehrte Psychologie, wer weiß, wer weiß. Ich denke, hätten wir dieses Spiel verloren, ach, es ist im Grunde egal, jetzt darüber zu philosophieren, weil ich denke, die Kleeblätter werden sowieso mit vollem Karacho in dieses Derby reingehen, die sind da heiß drauf, so wie sie es eigentlich immer waren und immer sind. Ich kann mich wie gesagt nur an eine Handvoll Ergebnisse erinnern, die erstens mal positiv für uns waren und zweitens, wo sie nicht wirklich gut waren, denn meistens, selbst wenn sie nicht gut waren, waren wir meistens noch viel, viel schlechter. Also, ihr seht schon, der fränkische Pessimist kommt wieder durch, obwohl man jetzt erst 4 zu 1 gewonnen hat, aber ich freue mich natürlich trotzdem drauf und anscheinend freut sich auch Robert Klaus drauf, es wird ja sein erstes Franken-Derby sein und er hat sprichwörtlich gesagt, wir haben Bock aufs Derby. Ja, das ist so erstmal gut, also, ich muss dazu sagen, es wäre auch schlimm, Robert, wenn es nicht so wäre, also, ist schon mal, ist schon mal, ist schon mal gut. Soweit ich das noch gelesen habe, das steht jetzt auch gar nicht hier drauf, hat sich auch Johannes Geis geäußert, der hat nämlich gemeint, sie könnten jetzt quasi diesen Sieg in Osnabrück im Derby vergolden. Da bin ich schon wieder auf der bitte nicht so viel labern, bitte nicht so viele Aussagen treffen, die euch dann gegebenenfalls um die Ohren fliegen könnten, sondern einfach mal die Füße stillhalten und machen. Also, ich weiß, da spricht vielleicht auch so die eigene Euphorie dann, dass man sagt, ja, jetzt haben wir es ja mal gezeigt, dass wir es eigentlich können, also könnten wir gegebenenfalls auch gegen die Westforsstadt bestehen im Derby, aber ich würde da immer lieber mal erst ein bisschen abwarten. aber natürlich hoffe ich und bete ich, nein, natürlich hoffe ich, dass der 1. FC Nürnberg dieses Derby erfolgreich für sich entscheidet. Das ist ganz normal und man geht natürlich immer hoffnungsvoll in ein Derby rein, auch wenn die letzten Jahre und letzten Ergebnisse nicht wirklich toll waren und man hofft und betet und macht und tut und schaut, dass es endlich mal wieder klappt und deswegen kann ich euch auch gleich mal spoilern und euch meine und Saschas Tipps verraten, denn der gute Sascha hat 1 zu 1 unentschieden getippt aufgrund, wie hat das von sich gegeben, ja quasi, weil die Form des Kleeblatts der Westforsstätte nach oben zeigt und die fehlenden Zuschauer natürlich auch einen ausschlaggebenden Faktor bilden könnten, rechnet er mit einem 1 zu 1 weil wir jetzt auch zwar klar gewonnen haben mit 4 zu 1 aber noch nicht so diese Konstanz an den Tag gelegt haben und deshalb spielen wir 1 zu 1 unentschieden also das ist schon mal Saschas Tipp dieses 1 zu 1 und mein Tipp lautet ganz einfach 2 zu 1 der 1. FC Nürnberg gewinnt 2 zu 1 in einem denkwürdigen Spiel und warum ich mache da auch gar keinen Hehl drum ich sage einfach weil weil wir mal wieder dran sind wir sind jetzt einfach mal wieder dran und ja die sind gut drauf muss ich gleich auf einmal gleich hustern ja sie sind gut drauf ja sie sind der Favorit aber wir sind dran und selbst wenn die uns 90 Minuten an die Wand spielen wir einfach nur 2 mal vor das Zock kommen und 2 Glocken machen ich sage wir gewinnen das Ding mit 2 zu 1 Mark my words so und ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen ich glaube nicht ich weiß auch gar nicht wie lange ich jetzt eigentlich gelabert habe und ich hoffe mal wieder dass es euch Spaß gemacht hat dass es dieses mal auch nicht übersteuert hat das Mikrofon dass ich ich habe ungefähr 50 Testaufnahmen gemacht gefühlt und dann hat es jedes Mal gepasst ich hoffe es passt jetzt auch und ja ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören und wir sehen und hören uns dann aller aller spätestens am Sonntag zum Derby ich habe ja gesagt gegebenenfalls fangen wir auch schon ein bisschen früher an also quasi mal vielleicht eine Dreiviertel oder sogar eine Stunde vor dem Spiel dass wir uns zusammen noch ein bisschen austauschen können etc und dann hätte ich gesagt Leute Leute haut es euch rein wie immer das Ganze auch auf Soundcloud demnächst auch bei Spotify als Audioformat als Videoformat hier bei bei YouTube und ja ich glaube ich habe nichts vergessen falls doch Pech gehabt nein Quatsch also wir sehen uns am Sonntag das ist glaube ich alles was ich noch zu sagen habe ja Leute auf ein schönes Derby haut euch rein euer Mikkel sagt Ciao Ciao